Ich heiße Wolfgang Engelhardt und bin stellvertretender Geschäftsführer seit 2013 beim Unternehmen SSP und verantworte den Vertrieb und die Entwicklung. Mein Name ist Sergio Güler und bin jetzt seit 2018 bei SSP. Hi, my name is Salman Mahmoud and I'm working with SSP since 2020 as a senior hardware architect. Wir als Unternehmen SSP entwickeln und produzieren Produkte im Bereich der Maschinen-Sicherheitstechnik. Zu unserem besonderen Produktportfolio von SSP zählen Produkte wie unsere Wireless-Sicherheits-SPS, der Safety Simplifier, unsere smarte Prozesszuhaltung Holdix und unser einzigartiger ergonomischer Zustimmtaster Zeuss. Meine Zuständigkeit bei SSP ist die Hardware-Software-Entwicklung. Among other responsibilities, I work closely with the production department to make sure that our products get shipped to our clients on time. Unser Team in der Hardware- und Software-Entwicklung setzt sich täglich mit dem Thema Function Safety auseinander. Technologien wie RFID, Bluetooth in Produkten, Wireless Safety oder ein App-Support sind für uns heute schon Stand der Technik. I had the chance to work on products that directly contribute to the economy and also impact the safety of the people working in the manufacturing sector. In addition to that, I have been able to expand my technology stack and skills by professional trainings in functional safety and electromagnetic compliance. Damals bin ich als Werkstudent dazugekommen und nach einem halben Jahr hat es sich dann ergeben, als Junior Embedded Software Entwickler hier durchzustarten. Zu der Zeit habe ich parallel mein Masterstudium noch absolviert und dabei hat mich SSP sehr unterstützt, was ich auch sehr zu schätzen weiß. Auf persönlichen Ebene finde ich, dass ich SSP sehr herzlich willkommen bin und ich bin direkt in die Team. Ich habe auch gefunden, dass die meisten der Kollegen Englisch sprechen und ich habe sogar einen Englisch-Club für die Kollegen, die ihre Sprüche verbessern wollen. Alle strategischen Produkte von SSP haben bereits international auf Messen Awards gewonnen. Die kommenden Jahre haben wir viel vor. Wir als Unternehmen SSP mit dem Sitz in Speichingen am Rande des Schwarzwalds haben uns als Ziel gesetzt, unser Produktportfolio in den nächsten Jahren deutlich auszubauen. Gemeinsam mit unserem Partner der SSP North in Schweden und weiteren internationalen Partnern möchten wir eines der führenden internationalen Unternehmen im Bereich der Maschinensicherheitstechnik werden. Wir bieten eine sehr gut ausgestattete Hard- und Softwareentwicklungsabteilung, ein junges, diverses Team, flexible Arbeitszeiten, viel kreativen Freiraum in der Entwicklung von technischen Lösungen. Eine moderne Unternehmenskultur wie bei einem Start-up mit einem etablierten Produktportfolio. Als neuer Kollege solltest du auf jeden Fall technische Affinität mitbringen. Du sprichst Englisch und hast bereits Erfahrung im Bereich der Entwicklung von Functional Safety, dann bist du bei uns genau richtig. Wir suchen für unser Team in der harten Softwareentwicklung neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und warten genau auf dich. Programmieren ist deine Leidenschaft und du hast Interesse an neue spannende Aufgaben, dann bewirb dich jetzt bei SSP. Spannende Musik Spannende Musik Bis zum nächsten Mal.